Mein Name ist Christian Volleck. Ich arbeite bei der Gemeinde Wien in der MA 56 als Schulwart. Uns Schulwartinnen und Schulwarten ist es sowieso immer ein täglich Brot für Sauberkeit und für Hygiene zu sorgen. Jetzt allerdings, in Zeit der Corona-Krise, achten wir noch zusätzlich und vermehrt auf Desinfektion, um die uns anvertrauten Kinder besonders zu schützen. So desinfizieren wir Handläufe, Türschnallen, Arbeitsbereiche, Tischplatten, aber auch den Lift, der sich im Haus befindet. Im Eingangsbereich sind Schachteln abgestellt in den Schulen, wo die Eltern die Hausaufgaben ihrer Kinder abgeben können und die neuen Aufgaben, die die Lehrer dort hineinlegen, abholen. Ihr würdet unsere Arbeit sehr unterstützen, wenn ihr beim Abholen und Bringen der Hausaufgaben keine Schulbesichtigung durchführt und spazieren geht im Haus, denn jede Person, die zusätzlich im Haus sich aufhält und durch das Haus geht, gefährdet die uns anvertrauten Kinder mehr. Wir sollten alle die uns vorgegebenen Maßnahmen einhalten, um baldmöglichst wieder ein normales Leben führen zu können, wie wir es gewohnt waren und sind. Und deswegen jetzt schon danke, dass ihr da mitmacht.